so hallo und herzlich willkommen monstern der rice wir machen die mission dick und saftig wir müssen zehn floßmuscheln sammeln und da würde ich sagen dann machen wir jetzt auch mal gucken ob wir hier ein paar antike oder so finden weil ich brauche noch warmes pelz das sind pepe hier sind die muscheln floßmuschel eine von zehn jetzt mal hier hoch klemmen aber können wir auch hier direkt mal ein bisschen erz mitnehmen die ziehen das ist das braucht man öfter mal hier hätten wir noch ein paar muscheln aber nur boots muscheln hier müssen noch welche sein ja drei von zehn hier 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 und so knochen es schade echt schade 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 ja hier ein eine brauche noch und dann haben wir den bums der sport der sieht doch gut aus easy peasy yes diese sammeln missionen sind mega langweilig ich hoffe auch dass wir die relativ schnell hinter uns bringen können ja gut das haben wir noch mitgekriegt sondern damit würde ich sagen haben wir die quest erfüllt und wir sehen uns bei der nächsten quest vor allem